Musik Ja hallo liebe Freunde des gepflegten Angelfilms, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich befinde mich jetzt hier an dem sauerländischsten aller Sauerlandflüsse, und zwar an der Lenne. Ja, ich bin hier Mitglied im Verein Plettenberg-Bremke, Fischereivereins dort. Ja, und ich wollte heute mal mit dem Spirulino los. Ja, dazu habe ich meine berühmten Forellenkiller-Striemer mitgebracht, die binde ich mir alle selber. Habe hier so eine ganze Mappe von voll. Ja, das sind dann halt so auf Wurmhaken gebundene Strieber. Und wie gesagt, habe ich hier einen ganzen Schwung voll und die sind unwahrscheinlich fängig. Ja, Drills kann ich nicht zeigen, ich habe leider keinen Kameramann, aber ich kann die Fische zeigen, und ich kann die Landschaft zeigen und, ähm, ja, dann wünscht man uns mal Petri Heil. Was interessant ist zu wissen ist, wie sieht die Montage aus? Also hier einen Spirulino, 12 Gramm, ja, sinkenden, halb sinkenden. Dann kommt Fluorcarbon, Vorfach und dann ganz unten dann der Striemer. Das ist wie gesagt auf einen Wurmhaken gebunden, eins der Wurmhaken gebunden. Der sieht dann so aus. Ja, es ist ein Anmarsch, ja, ich gehe immer gerne hier den Weg hoch bis zur Brede Brücke. Wir befinden uns hier in Plettenberg, also bis annähernd Brede Brücke. Ich kann nicht mehr ins Wasser gehen und ich gehe auch nicht ins Wasser, ich fische also grundsätzlich vom Ufer aus. Aber mit dem richtigen Gerät funktioniert auch das. So, dann gehen wir hier mal runter. Ach, ja, dann sind wir hier schon am Wasser. Da hinten ist die Brede Brücke, also die neue Brede Brücke war das. Und dann sind wir hier am Gewässer. Da hinten ist die Brede Brücke. Ja, so geht's. Hier haben wir den ersten Fisch. Ja, wenn wir den jetzt mal versorgen, den nehme ich mit. Ja, ist da eine schöne Bachforelle. Ja, die wird mir schmecken, nehme ich mal an. Petri Heil, nicht? Ja, hier an der Lähne, das ist Angeln in purer Natur. Man soll nicht glauben, dass wir hier mitten in der Stadt sind. Und trotzdem so naturnah. Ja, viele benutzen hier eine Warthose. Ich schlage mich hier durch Gehölz. Aber wie ich sehe, ist hier auch noch nicht einer gewesen. Also nicht vor kürzerer Zeit. Jetzt mal hier weiter. Aber wie ich immer sage, da wo jeder Hans und Franz hinkommt, da braucht man weder Pilze suchen, noch zu angeln. Man muss eben dahin, wo es nicht so einfach ist hinzukommen. Ja, hier sind wir an so einer Rausche. Und da kann man weder mit dem Blinker noch anders wohnen. Da kann man nur mit der Fliege ran. Und da fange ich auch mit meinem Spirulino was. Ja, ich bin 1,75 Meter und hier gehst du durch drei Meter hohes Unterholz quasi, durch drüsige Springkraut. Ja, da war gerade wieder ein kleiner Fisch. Der war aber untermaßig. Weder Drill noch das Releasen habe ich gezeigt. Weil es war jetzt mal wichtig, dass der Fisch freikommt. Und das Fehlen mir nicht zweitrangig. Ja, bitte um Verständnis. Jetzt wird einfach nur gehalten nach dem Ausschmiss. Da hinten köpfen sie die Bombe. So. Wenn da unterwegs ein Fisch war, dann hätte er jetzt gebissen. Ja, hier ist ein kleiner Fisch an der Angel. Solange er hier im Wasser ist, kann ich ihn filmen. Aber ich lasse ihn jetzt wieder frei. So. Da schwimmt er. So, dann habe ich noch mal den Angelplatz gewechselt. Ich war gerade da oben. Jetzt bin ich ein bisschen tiefer, direkt hier an der Fußgängerbrücke. Ja. Und ich habe immer noch den gleichen Köder, weil was fängig ist, sollte man auch halten. Ja, also mit dem Streamer und dem Spirulino, das funktioniert wunderbar. Ja, ich hatte gerade wieder eine Release, eine kleine. Ich stand aber im Wasser und da konnte ich da nicht. Also mit, das heißt mit den Füßen hier im Flachen. Ja. Dann will ich hier noch mal probieren. Mal sehen. Ja, hier habe ich gerade Nummer zwei zum Mitnehmen gefangen. Wenn ich jetzt mal auch rausgehen und den Fisch versorgen. Auch eine schöne Wachforelle. Ja, Petri Heil. Ja, da kann man nicht meckern. Die kommt auch mit in den Sack. Ja, weiter geht's. Bin ich jetzt unterhalb von dieser Brücke. Ja, hier hatte ich zwei Bisse, immerhin. Aber da vorne ist die Rausche und da hatte ich immer Petri Heil. Ja, das ist ein erfolgreicher Tag heute. Und da wollen wir mal gucken. Also zwei Fische habe ich, drei brauche ich und vier darf ich. Aber da ich kein tiefkühltruhenden Angler bin, werde ich jetzt bei dreien belassen. Und dann nach Hause fahren. So. Na, dann wollen wir mal Fisch Nummer drei fangen. Ja, wie gesagt, wir sind hier mitten in der Stadt. Ja, hier an der Rausche, da stehen die auch Forellen, stehen die Forellen auch sehr gerne. Wollen wir mal gucken. So, an der Stelle, da war leider nur Kleinkram. Ich gehe jetzt nochmal ganz runter, quasi da, wo ich auch parke und mache hier noch drei Würfe. Und wenn ich hier meinen dritten Fisch nicht kriege, dann fahre ich nochmal ganz hoch. Mal sehen, also die Strecke, die ist ja ziemlich lang. Also hier fließt die Länge schön langsam und es sieht auch aus, als hätte hier schon lange keiner mehr geangelt. Es ist jedenfalls kein Weg und keine ungeknickten Gräder und Kraut zu säen. Also probiere ich es mal. Es ist hier nicht nur eine Kunst, Fische zu fangen, sondern auch sich nicht auf den Podex zu setzen, um hier ans Wasser zu kommen. Vor allen Dingen, wenn man keine Wartrose benutzt. Ich bin ja ein Angler, der hier vorm Ufer aushangelt. Ich habe nur so kleine Gummistiefelchen an und mehr auch nicht. Aber wie gesagt, ich fange, ist alles in Ordnung. Ups, da ist wieder eine kleine. Ach, ab. Ja, die hat sich selbst releast. Auch gut. So, dann verhole ich nochmal, gehe ich nochmal woanders hin. Gehe jetzt mal ganz nach oben, also nicht ganz nach oben, da ist wieder ein Eisvogel. Das ist das dritte Mal, dass ich einen sehe hier. Schade, aber man kann so nicht filmen, sind alle auf der anderen Seite. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich genau zwischen Alter und Neuer Bredebrücke. Mitten im Plättenberg, wie gesagt, da oben fließt der Verkehr. Ja, da wollen wir mal gucken. Ja, Fisch Nummer 3 ist noch ein richtiger Klopper geworden. Also der hat bestimmt über 50 Zentimeter. Ja gut, dann kann ich aufhören. So, zum Versorgen des Fisches bin ich jetzt hier unter die erste alte Bredebrücke gegangen. Und es ist so viel Publikumsverkehr. Also, das ist schon ein Traumfisch. Von Lendeling, nicht? Ja, ein Traumfisch, was der für einen Maul hat. Also, der hat sehr viel Brut gefressen. Ist nun mal so. So, hier nochmal der Köder. Da nochmal der Fisch. Ja, damit ist dieses Video vorbei. Schade, dass ich keinen Kameramann hatte. Sonst hätte man vielleicht auch den Drill hier filmen können. Das war wirklich ein Drama. Ja, das ist ja wirklich ein schwerer Fisch. Der hat ja seine Kilos. Und, naja. Ich hoffe, der Film hat gefallen. Und vielleicht baut er den Köder mal nach. Den kaufen kann man denn nicht. Deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Der Haken ist ein Wurmhaken. Der muss sehr stabil sein. Und dann wird mit braunen Hächeln gebunden. Ja, und hinten Faunfeder dran. Und lang. Ja. Also, alles klar. Und ich wünsche euch weiterhin Petri Heil. Und sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Charlie. Euer Charlie.